hallo meine lieben heute habe ich einen salat den wahrscheinlich ziemlich viele schon kennen es hat keinen speziellen namen wenn es bei uns hieß paprika maissalat wusste jeder bescheid sehr sehr lecker sehr gesund und so richtig knackig viel freude beim anschauen nachbereiten und genießen spitzpaprika ich nehme bevorzugt die die schmeckt uns am besten die wird in kleine würfel geschnitten dazu gebe ich weiß ich habe hier ab tropfgewicht 140 gramm ich habe hier 150 gramm fetter also das sind eigentlich ziegenkäse man kann fetter nehmen oder weichkäse und das muss man dann in kleine würfel schneiden meine tochter versucht sich als sängerin singt ganze zeit falls ihr die hören könnt jetzt schneide ich noch eine kleine zwiebel entweder normale oder so eine rote die ziemlich die finger verfärbt kleine würfel oder schaut man man macht es einmal so hier durch und so längst zwiebel drauf und petersilie oder die passt auch sehr sehr gut dazu ich habe hier tiefgefrorenen der taut hier ganz schnell auf jetzt mache ich das dressing habe ich euch schon mal von diesem olivenöl erzählt das schmeckt so fantastisch gibt es bei edeka sehr sehr lecker kann ich nur empfehlen ok das sind dann so um die 56 esslöffel ich gebe hier den saft einer halben zitrone so einen guten halben teelöffel salz und pfeffer einen teelöffel oregano der ist von meinem garten deswegen so mit paar stöckchen dabei gut umrühren jetzt gebe ich das dressing über den salat gut vermischen und genießen mit leckerem brot dazu freunde ich danke euch für die aufmerksamkeit ich hoffe euch hat das rezept gefallen und ihr gebt mir einen daumen hoch abonniert meinen kanal vielen dank und bis zum nächsten video eure xenia